Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Monsterskiller und heute bin ich mal nicht alleine ich bin unterwegs mit dem Tralf90 aka Willy und dem Captain Sieger aka Marky und wir spielen heute mal Ex-Überleben bei Call of Duty at Warfare zu dritt und ja jetzt könnt ihr auch noch mal kurz was sagen Ja hallo Hallo Es ist sehr multiviert auf jeden Fall alle Sehr multiviert Ich bin doch müde alter Ja es ist 16 Uhr aber er ist müde sehr gut und äh ja das Video heute kommt ein bisschen später das liegt daran dass ich davor noch ein paar Probleme mit der Audio Spur hatte also noch nicht so direkt aufnehmen konnte und ähm ja wie gesagt wir spielen Ex-Überleben bei Call of Duty at Once Warfare und ähm das ist sozusagen eine neue Refrieg die äh jetzt dreimal in der Woche kommen wird und zwar werden wir jede Map äh mindestens einmal spielen und soweit äh und halt ähm soweit wie möglich äh kommen also wir versuchen halt so weit wie möglich zu kommen und das werden wir dann hochladen wie gesagt dreimal die Woche und äh ja auf jeden Fall die erste Runde haben wir jetzt geschafft und jetzt kommt die schwerste von allen und zwar die zweite Runde und ich glaube da müssen wir schon wieder ein bisschen schwitzen und uns in die Campe äh und uns in die Ecke hocken Na klar Alter Sehr schwierig Und ja Wo gehört sich das? So Feinde nähern sich Okay Feinde nähern sich alter das wird auf jeden Fall schwierig hab ich das Gefühl Und achso ja sehr wichtig auf jeden Fall auch äh ihr seht die ganzen also äh die ganzen Advanced Warfare Gameplays aus meiner Sicht ähm also von dem der gerade halt spricht jetzt Aka äh dem guter so Also die seht ihr aus meiner Sicht ähm und ja Das wollte ich nur noch mal kurz am Rande gesagt haben Hey mit welcher Hacklipser verspielt ihr? Wer? Oh Alter na klar er boxt mich nie wieder oder? Na klar Junge Okay wir werden aufnehmen wie wir versagen meine Freunde M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Ja manchmal manchmal sind wir gut manchmal sind wir von Auffordern Ja vorhin die Runde da hab ich richtig gespielt Ja einmal hat er richtig gespielt auf jeden Fall meine Freunde Hey soll ich mal richtig derbe gespielt Was sollst du du gar nicht? Was sollst du noch nicht? Was sollst du noch Kief? Ich will jetzt was mit der Streifenkunde normalen Unsere Drohne ist online Hey mit mir Ich hab's nicht mehr so ein bisschen Ich hab's nicht mehr so ein bisschen Ja ich mach mal weiter Alter Alter jetzt steht hier in der Wand Okay und wir müssen die Dings sammeln Oh Sehr miterlängst auf jeden Fall Hä? Ja okay einer ist oben wahrscheinlich Na klar Ey Luca ich hab was gemalt komm mal her Luca 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 Ja ich hab auch was gemalt Mann na klar Was soll das denn grade Alter helfen mal kurz Alter Junge ich verkrüppel in Runde 3 ne Was bin ich für ne Mistgeburt ey Oh Gott Alter vor allen Dingen Alter vor allen Dingen Es ist so überpowert wie die Boxen können ne Einen Schlag von denen ist so gut wie down Einfach wie viele Oh Junge Na klar Ja ey Mischgeburt oder so Äh Gute Scheiß Ah hier ist die Kacke Ja oben ist auch noch ein paar Gut Alter wir müssen mal jetzt Ah das weg ist Nein So Und jetzt denken wahrscheinlich alle Minderwertig schlecht Weil wir in der dritten Runde gestorben sind Aber egal Ja du bist in der dritten Runde gestorben Okay vielen Dank Du bist minderwertig Ja Na ja wir wollten wir wollen lieber nicht den Versuch erwähnen Ja oder Wie wir völlig gefällt haben Ja oder Wir hatten schon mal ne Testaufnahme gemacht Und die war echt schlecht So ey ey lass mir jetzt den Marken Einmal Meine Luca war echt schlecht Nur so am Rand nicht für den Arsch Ja 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 Das ist gar nicht klar Und so ja Ah hier Einer 33 Sekunden haben wir noch müssen wir eigentlich schaffen Und wenn ich ist es nicht so schlimm Dann kriegen wir sozusagen nur ne kleine Strafung Aber Luca Mal jetzt hier was Mal jetzt hier was Mal jetzt hier was Wie geil ich hab meinen Namen in die Wand gestrahlt Hey Luca Alter warum war mir geil oder Hey ich weiß nicht direkt was das sein soll Kennst du es nicht? Okay ich kann es nochmal malen Digga was ist das denn scheiß Wo denn? Mann das ist Peen als du Opfer Ja der Ja sehr gut gemacht Komm ich helf dir mal Verbündete Drohne über uns Alter Sind wir schlecht Sind wir scheiß Minderwertig Ja Okay die Drohnen kommen Hä? Hatte ich nicht grad noch Achso unsere Drohne ist da Ey Willi musst du nicht noch deine Vorratslieferungen holen Feindliche Hunde Aufpassen Na scheiße Boah feindliche Hunde Ey soll ich Vulkan einsetzen? Wulkaner Mach ich erst doch Boah jetzt komm ich gar nicht drauf alter Ah ist ja fast dasselbe Ja ok Ja ok Ja bin so ein Hä wie macht man das denn? Ah hier Ich hasse Hunde ne? Ah ne Und also nicht im Hühler Aber ich hasse Hunde die Vollerfücher Oh ja Sind so Minderwert Ja die gehen Die gehen so richtig behindert Ja die sind so richtig behindert Ey Wäre richtig der Junge Ja Aber das geile ist am Äh an diesen Dings werden Diesen An dieser Schleife Oder am EM1 An dem Laser Dass man einfach keine Munition kaufen muss Ja das ist echt geil Das ist voll geil Du sparst so krass viele Punkte dadurch Ja dann kannst du so auch anders Das ist eine Geschichte Gut gemacht Ja ich werde mir dann Ich glaube ab Runde 7 kann man nicht freischalten Werde ich mir die Pitek gönnen Dieses Maschinenwerk ist Nee Ich glaub Level 3 Ehrlich ist es schon Ey Oeli Dreh ich warum komm mal hier hin Hier kommst du hoch zu deiner Vorratslieferung Hier Hier Achso Ja ich such die ganze Zeit Wo ich auch kann Das ist der behindert So Oh was soll ich nehmen Mach mir mal einfach Auf Oh man kann ja Punkte soll er verbessern Waffenfähigkeit im Panzerung ist richtig geil Feinddrohnen Einheiten kommen Das ist richtig geil Ey jetzt mach wieder die Drohnen Oh schweben Als Fall gegönnt Als Fall ich auch schweben Digga schweben So Kannst du mal drauf gehen So ok Alter Und äh ja wie gesagt wir werden ja auf allen Maps jetzt über dieses Ex-Überleben stehen Und mir persönlich gefällt die Map jetzt nicht so gut Äh online spiel ich sie eigentlich lieber weil ich finde im Ex-Überleben ist die hier Na nicht so geil Das ist wie es bei euch ist Wie es bei euch Na ich finde hier auch nicht so geil Nein Bereit machen wir keine Ahnung Multiplayer Ich hab die halt noch nie Multiplayer gespielt Man muss auch dazu sagen Ich hab's erst Er hat sich Ja genau er hat sich die erste Genau heute Also Seit dem Aufwand Punkt Hat es gerade erst Und ja Aber Erster vor Ort Ich bin schon ein zweimal gespielt Deshalb ist das keine Ausrede mein Freund Wenn du verkrüppelst Ich bin schon So ok Ey könnt ihr mal Doppel-Vieck drücken Leute Ist jetzt nicht so schnell Gott Willi vergisst das immer Ah entschärfen Ich hab' nur den Schafen Wusen die einen Ah obendrauf oder wie Ist ja minderwertig Ja Ah obendrauf ja Oh Gott Das sind zu viele Menschen Oh was hab ich die erste Ja ich hab auch die erste Genau jetzt Also Die drei sind schon entschärflich Ich glaub das noch mal Ja Ich glaub das noch mal Ja Oh 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 Zuschauer ich bin völlig verreht ja bist du völlig ja aber ich freue mich heute kommt da noch so eine Granate rein ja oder das ist einfach was ist einfach ich bin noch nicht geboten denn ich muss nur auf die Ex-Zuhr drücken ach hier ich bin noch nicht geboten So, ähm, bombardieren. Ja. Ich muss hier erstmal Waffen-Upgrade machen. Ah, vorwärtskriegung ist da, ne? Ja. Ja, muss ich auch machen, Alter. Was muss ich machen? Waffen-Upgrade. Ja, ich gönne mir gleich mal PyTag, aber das mach ich erst gleich. Ich hoffe, hier ist eine Fähigkeit drin. Jawohl. Eigentlich ist es egal, wer die man nimmt. Weil, äh, eigentlich, äh, wenn man halt relativ weit kommt, kriegt man eh alle dann. Da hat man dann 7 Perks und dann ist das schon ganz geil. Ja, ich geb jetzt mal die Pistole weg für die PyTag, die ich sehr feier. Die ist wirklich krass. Ich weiß nicht, wie sie in Multiplayer ist, aber hier ist sie auf jeden Fall echt nice. Feindliche EM-Truppen kommen! Ich kann ja mal ein bisschen mit ihr spielen. Jetzt hier so. Stopp-Waffen-Optik. Rotpunkt-Visier. So haben die viele gekommen, Alter, der ist echt noch feierlich. Ey, ihr müsst euch ja vergönnen, die ich überhaupt nicht verziehen, ja? Alter, das ist echt krass. Ich find die schön nice. Vor allen Dingen, sie ist auch einfach echt fast gegen jeden Gegner effektiv. Okay, das reden wir jetzt. Muss man sich jetzt mal geben, oder? Fah! Ne? So viele... Oh, was da los, oder? Oh, da kommt der direkt auf mich zu. Waschne Null. So, ein Fall nach unten. Sicher überstanden, falls nötig. Und ja, wie gesagt, das... Aber egal, das ist ja unser zweites Video auf dem Kanal von Monsters. Genau, das kann sein, eventuell, dass die Audio nicht zu leise, zu laut, irgendwie eine Stimme hervorgehoben ist oder so. Das werden wir halt alles verbessern, weil, wie gesagt, das ist unser zweites Video und beim ersten hatten wir auch nicht zu zweit oder zu dritt was gemacht. Deshalb, wir werden halt immer versuchen, alles zu verbessern und so, damit wir irgendwann perfekt sind. Okay, das ist vielleicht ein bisschen hochmutig, aber egal. Achtung Männer, der Feind nutzt Tarn-Technologie. Gefahrenwarnung nutzen, den verfügbar. Oh ne, Tarn-Technologie. Erstmal Goliath auswählen. Haha, alter. Dieser Tarn-Scheiß ist echt minderwertig. Vor allen Dingen auf dieser Map, ja? Wo alles so in so einem Weiß rum ist. Und dann schlucken die auch noch so viel, ja? Jetzt wird gepollert. Ich muss jetzt alle kaputt. Boah, man hört nur so den Goliath, Alter. Hä? Ich find ihn nicht. Alter, wie viele Wollt immer in die Nacht kommen? Nervt mich mal nicht! Oh, ich bin da... Ey, Junge, diese zuartlichen, die ist so scheiße. Ey, wir haben die Luka. Oh Gott, oh Gott. Ja, oder? Hey, Luka, Willi, belebe ihn wieder. Ich kann das nicht. Der Goliath. Oh Gott, oh Gott. Ich bin sicher, hier hintergezogen. Ich bin sicher. Ey, wir schütteln. Also Leute, wie gesagt, die Map... Ich hasse sie. Aber... Mindestens auf 8 Cent, oder wie die heißt? Accent, wird's nicht unverbunden werden. Weil, äh... Ich bin geil. Nein. Ja, doch. Doch, doch. Doch, doch. Okay, so. Munition braucht man nicht. Ey, das ist ein... Das ist eigentlich... Hier ist es eigentlich relativ schwierig. Okay, Mark, ich stehe dich einfach in die... Oh, na klar. Digga, wer nervt den? Ich kann aber nicht hübsen. Oh, scheiße, Alter. Oh, Alter. Und das Aim dann auch noch dazu, ne? Ich mach einfach mal auf euren Punkt Bommandierung. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Na klar, Alter, es ist schon klar. Alter, Junge. Alter, wie ich grad wackelt. Scheiße. Ja, wegen der links. Ey, komm nachher. Hey, ihr müsst eh von hier die Leute abschießen. Dann müsst ihr die Leute von hier abwunsen, sonst zählt es nicht. Oh. Lige Scheiße. Fuck. Ey, Captain, du musst herkommen. Jaja, ich komm ja schon. Was, Alter, der gebroxt. Sehr gut. Boah, Alter, ich können wir jetzt erst mal aufn und so. Sonst ist die Waffe nicht uneffektiv. Mit irgendwie kein Schaden hab ich nicht gefühlt. Wurstricht. Äh, Peiter. Hey, Willy, hast du jetzt auch auf schwere Exe umgewandelt? Ey, warum krieg ich denn immer nur so'n Scheiß? Ich will mal jetzt, äh, äh, Fähigkeiten bekommen und nicht so'n Scheiß Punkte-Serien-Müll. Ja, du hab ich mir jetzt auch mal gewonnen. Neue Waffe? Ich glaub ich gönne mir die mal hier. Ne, jetzt hab ich so zwei Waffen. Naja, kann man ja auch mal gönnen. Ich gönne jetzt einfach zwei Aufsätze. Alter, jetzt wird es richtig gegönnt, Junge. Jetzt dich ab, guck mal. Mit beiden Waffen alles wegficken. Ah, hast du schon die Exe umgehen? Ah, nein, dies, dies, dies gut, dies gut. Oh, schwere Metzgaben benutze ich einfach mal, äh, okay, die Bomber den Platz ist einfach. Dann gönne ich mir jetzt einfach mal, äh, die Geschütze. Ah, das wär ein Vorteil. Obwohl, ich weiß jetzt grad nicht, wo die Mischgeburten sind denn? Ist hier irgendwo, oder? Seht ihr die? Alter, Mudi. Ich fiel ja kassiert. Ja, ich bin Krämpf grad gegen einen. Sie sind in dem... Was denn? Ah, da ist einer, okay. Und da ist es immer, weil ich den Freitag in den Effekt zu haben. Ja, ja, hab ich. Alter, 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 Alter! Mudi hab ich kassiert. Ja, ich hab auch richtig gefressen. Oh, Alter, er schluck einfach ein ganzes... Ja, oh, na klar. Komm doch von hinten. Ich weiß nicht, Alter. Ja, ich hab auch richtig gefressen. Oh, Alter, er schluck einfach ein ganzes... Oh, na klar. Ja, oh, na klar. Komm doch von hinten. Ach, das ist nicht. Ach, das ist nicht. Ich weiß nicht. ich habe es einfach dreimal Goliath als ich habe zweimal Goliath einmal Fernlenk und jetzt noch einer den ganzen Willen und von Wasser in die Bank lieber nicht und wird der Willi nur nicht gucken ja genau genau doch und dort wirklich ich bin ich bin so ein Juni ich hab mich nicht geschissen den goldenen Exo ich hab mich nicht geschissen den Code einzugehen ich hab mich nicht erläuft bei dir aber gegen Hunde gegen Hunde benutze ich mal den Laser sehr effektiv da ist ein vorstehender Vorratsabwurf Oh Scheiße Scheiße da war ein Hund recht Scheiße Mist ja wir könnten eigentlich hier in den Gebäude kehren jawohl ich nehme mal unbegrenzter Alter wie viele ja oder heilige Scheiße Oh Scheiße jetzt wird noch eine Granat Junge wie die stolze Alter die geschluckt haben Alter die schlucken echt böse von hinten von hinten von hinten Warte ich bin Oh Gott Nein Mann das ist doch Leute okay Leute die Map war nicht so das wahre aber wir laden sie einfach mal hoch denn auf den anderen werden wir wahrscheinlich weiter kommen also was heißt wahrscheinlich wir werden wir vielleicht erst gelenden eigentlich war es echt schlecht gerade aber egal meine Freunde ich hoffe das Video hat euch gefallen ähm und ja dann haut rein ihr könnt euch auch noch mal kurz verabschieden Bis dann Ciao Jo dann haut rein Ciao jo oder